Willkommen zurück! Ich nehme einen Kampfflieg vor uns zu. Uh, die Maske dreht sich nicht. Uh! Interagieren. Gibt es da noch irgendwas? Nö. Na, dann tun wir halt mal Interagieren. Uh. Noch eine Maske. Oh, ist der unsichtbar. Cool. Maskenmacher. Oh! 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 aber ich schieße ja mit eiskrumpen oh was ist das ich komme nicht raus ok ich weiß gerade nicht was ich machen soll oh der hängt aber nicht fest oder so einfach will ich schon nicht gewinnen oh 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 cool das mit der barriere verrückt entdeckt das relikt bei rauch neue freunde 79 ich wusste sie seitdem er ein Mann war ich sah ihn als eine Leiter er hat sich für unsere Menschen verletzt so viele verletzt so viele hat ihn zu machen schreckliche Dinge mhm ok das ist nicht schön ok gibt es hier noch was ach da können wir noch meditieren ach da können wir noch meditieren wenn wir jetzt beim meditieren immer noch ein bisserl dunkel oh der Opa steht auch noch da der Pilzkopf im Vordergrund ja ne schön na gut frisch gestärkt geht es weiter frisch gestärkt geht es weiter zu Toshis Reue geht es jetzt zu Toshis Reue geht es jetzt zu Toshis Reue geht es jetzt stecken wir wieder Waben gleich oder gucken wir noch mal alles an was ist denn noch was gab da war der Rote Fluss noch guck mal ich bin negerisch da steht schon eh nur ganz alleine haben wir die Schulen vergessen na ähm ok hier komme ich anscheinend nie lang ach so hier waren die Dinger an der Seite ne die Steine komm Ende zurück ok hier kann ich auch theoretisch runter oh ne ok gut man kann rumlaufen ich spürze eigentlich nie ausprobieren ich habe Angst dazu sterben da ist nicht stoppen hier ist was nie wie gut ich habe mit für Hm. So, I don't know. Oh, hier geht's ganz weit rum. Oh, shit. Ach, Mensch. Okay, Brücke ist noch unten. Jo, gibt's nischt. Jetzt brich mal durch. Danke, 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 danke. Uh, da hat fast seine Schleife verloren. Ich muss mich kurz orientieren. Brauchen wir schon hier ein Wasser? Ah, ich glaub hier war schon. Den Stahl hat er durchgeschwungen. Na gut. Was sind jetzt hier her? Da gibt's noch Post. Na, ich mach mal noch erst die Post. Das sind meine Orientierungsecht für'n Arsch. Hier fällt auch noch ne Eule. Oh. Ich hab's gar nicht gekriegt. Könnten die jetzt noch sein? Muss ja irgendwo sein, wo die kleinen... ...worts hinlaufen können. Das heißt hier drüben, wird's net sein. ...worts hinlaufen. Was ist hier eigentlich schon? Naja. Was ist hier eigentlich schon? Was ist noch nicht? Wie kann denn das sein? wo ist das katze wir brauchen noch so eine alte ist nicht mehr wo ich die alten gefunden habe ich gut eh nicht wo unten am fluss dort da ist er doch gleich um der ecke da kommt der rasselbande dinosaurier gut cool ok da ja Ja, ja, ja. büte drei ohne vorschein wenn wir den dinosaurien da ist er ausverkauft davon kann ich nur in und was machen das heißt in gut noch ja das haben wir eine maske einfach maske na dann hier war das jetzt risch das war irgendwie uneindeutig jetzt bin ich auch noch falsch gelaufen sagt auch orientierung für den arsch da ok ab ins nächste geisterreich fahrt des jägers das Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, cooles Bild. Man kann ja her, aber hier ist nix. Okay, was ist das? Da darf ich wahrscheinlich nicht durch, da geht ne Bombe hoch oder so. Kann ich die Rotz da reinschicken? Ne. Ich war übelst abworn, die Viecher. Viecher klingt so abwertend. Das ist natürlich nie abwertend gemeint. Okay, die können wir einfach durch. Boah, ich will schon wissen, was ist dann passiert. Soll ich ich mal durchslürfen? Ich tue mal speichern. Wo ist das? Okay, da kommt bloß ne Falle. Na gut. Nicht ganz so schlimm. Hm, links oder rechts? Ja. 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 Oh, oh, oh. Das war's für heute. Okay, nochmal ganz kurz hier hinten dann gehen, ist das da? Da ist nämlich noch was. Das nehmen wir natürlich mit. Okay, das ist nur am Anfang. Genau. Oh! Pust. Oh, das war aber knapp. Okay. Cool. Achja, würde solche Dinger zum Abschießen. Uh, daneben. Wartet ja schon, der nächste kommt auf mich, hm? Da ist aber da so eine Maske. Geht aber auch Ratzverzierung. Und eine kleine Runde. Okay. Na dann. Auf ins Gefecht. Wird bestimmt wieder ein cooler Auftritt. Oh. Oh. Oh, Pfeil und Bogen. Ich wär's den gar nicht am Boden bekämpfen können, ne? Schwuppdiwupp. Schlechtes Wetter. Oh. Oh, alter. Oh, der. Oh, der. Aha, Baum im Weg! Oh. Oh. Okay. Ah, wenn er schießt, ist er ein Five-Bot Oh Oh Mist, ich hätte das Schild jetzt spielen lassen sollen Ah, komm, nee Ah Ah Ah, die Gegner sind cool Ah, die Gegner sind cool der freie toschi benutze die relikte um toschi zu befreien entdeckt das relikt harpoon erkannt aber sei es drum schien oder Das war's. Das ist ja der Weg, von dem wir gekommen sind, das ist ja der Insure Weg. Ach, wir holen doch eigentlich die Geisterpost. Wollte ich doch eigentlich wegbringen. Ah, ich bin üppel. Sozusagen in den Berg. Upgrades haben wir alle. Da fehlt uns bloß eine Erinnerung. Bei dem, oh. Da war ich wohl nicht aufmerksam genug. Okay, wir machen mal in die Nähe von der Post noch. Oh, okay. Das war's für heute. Da unten. Na gut, die bringen wir dann in der nächsten Folge weg. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tüdelü!